So, hallo hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight, zu Batman... Warum wiederhole ich mich gerade zu Part... zu Batman Arkham Knight zu Part 152? Sorry, dass ich mich jetzt gerade schon wieder hier ein bisschen am verlabern bin hier. So, das machen wir hier rüber. Dann hier drüben. Quatsch, das so. So, dann schnell erstmal jetzt Wechsel auf Catwoman bitte. So, dann wechsle ich zurück. Dann nehme ich jetzt das scheiß Ding von hier. So, den Strahl haben wir schon mal frei. Okay. Ne, warte mal, das heißt jetzt, ich gehe jetzt hier hinten hin. Perfekt, den schiebe ich jetzt nach vorn. Dann nehme ich jetzt das Ganze von hier, schiebe das nach vorn und ab den... Okay, das heißt jetzt... Gehe hier rüber. Wow. Wow. Ja, woher ich auf das Wort jetzt endlich... Perfekt, wir haben das zweite. Perfekt. Das war knapp. Zwei Stück haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Zwei Lichter haben wir. Zwei fehlen noch. Oh, ich geh mal kurz auf Batman zurück, schnell. Äh, ja, das heißt... Wow, 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 das wird immer kniffliger, aber egal. Kein Problem, dazu geh ich jetzt erst schnell auf das. Zieh den ganzen Scheiß nach hinten. Aber Marcelino steht grad nicht drauf, das ist okay. Zieh das mal nach hinten. Dann hab ich den hinten schon mal frei... Dann hab ich den da hinten dran schon mal frei geklickt. Gut. Ach, dann... ...stell ich mich mit Zillinger schon mal... ...mit Catwoman hier drauf, dass... ...da schon mal nichts betätigt werden kann. Ich geh mit Batman zurück. Das heißt... Den hab ich schon mal da hinten frei. Das heißt jetzt... Ich... Äh... Das heißt jetzt, ich muss jetzt den hier hinten noch drin frei kriegen. Das heißt... Den nach hinten... ...den hab ich da schon mal frei. Äh... Warte mal, das machen wir noch mal. So. Perfekt. Das stimmt schon mal so wie es ist, pass auf. Dann nehm ich den von ganz... ...außen nach drüben. Schieb den Scheiß schon mal hier hin. Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Das mit dem Laser ist jetzt bisschen knifflig. Das jetzt... ...das Teil hier ist jetzt bisschen knifflig mit ihm. Mh... Ach ne! Das ist ja... Ich hab ja gedacht, wir brauchen noch zwei. Das ist ja schon das letzte... ...grade, was ich meine. Das ist ja schon gerade das letzte Scheiß. Ach Gott. Das ist ja schon gerade das letzte Ding. Ah, warte mal! Dann versuch ich das Ding mal nach... Ja... Warte... So, warte, haben wir das jetzt so... Ja, das... Ziehen wir mal nach hinten. Den ganzen Scheiß hier. Bingo, ich glaub ich hab's. So. Dann... ...stelle ich mich mit Selina auf. Den hier hinten drauf. Und... noch mal rüber. So. Aha, okay. Das ist jetzt das hier. Du kannst jederzeit gehen. Wusste ich doch. Ich... ...weiche nur gern den Sägeblättern aus. Ich werd'n bisschen noch mal wickeln. Okay. Bevor ich gleich im Kopf kürzer bin. Und jetzt schau' ich schnell hoch. Alles so, danke. So. Ja. Geschafft. Perfekt. Perfekt. Und vier. Ich hab' gedacht, das wird schwer, aber... Nee. So. Wir haben's. Perfekt. So. So. Und dann wollen wir mal. ... ... ... ... Damit ham' man jetzt. Da komm' mal her. Catwurm. Jetzt befreue ich dich hier endgültig von dem Ding. Ja, dann wird es auch das. Wir haben es. Du hast einmal gestorben, aber wir haben es. Ja. Neun Leben. Yeah. Na, also, wir haben es. Eigentlich, wir haben es geschafft, siehst du? So. Jetzt raus hier aus dem Laden. So. Hm, gucken, jetzt stehen die scheiß Motorblätter wieder richtig still. So. Hm. Jetzt hat er sich gedacht, nur so gedacht, ey. Hm. 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 So. Fertig. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert, oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So, eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Oh, oh. Hi. Verdammter Penner. Hui. Pass auf, Batman. Gut. Na, also, jetzt sind wir eigentlich soweit. Jetzt runter. Und. Helpenpose. Ja, komm, das gibt's ja. Das finde ich sogar, wie die sich gleich hier so drum schwingt und treten hoch. BAMS. Wenn man hier rechts im Landen kommt. So. Du sollst doch nicht, du sollst den blauen Schlangen, meine Güte. Wenn du dich selber einziehen willst, dass du deinen offensichtlichen Meister gefunden hast, würden wir nicht auf dein Niveau herabbegehen und nicht drängen. Jawohl. Ich habe diesen Anzug speziell entwickelt, um mich gegen deine brutalen Exzesse zu schützen. Verschöre also, dunkler Ritter. Ja, komm, Hohne Rock. Danke. Ja, scheitern, ich scheitern hier, das kannst du vergessen. Kloppen jetzt. Ja, ja, ich weiß, den darf ich nicht so. Ja, komm mal her, jetzt. Ja, der hier ist für dich, Eddie. Moment. Ein Rätsel. Ich habe mich doch geschrückt. Ich habe mich doch gerade mal in den Ort. Ich habe mich doch die ganze Zeit, was willst du von mir? Ich werde dich schlagen. Ach, komm. Genug. Das ist würdelos. Du bist würdelos. Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Ja. Die Ehre musst du dir verdienen. Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt. Dann kämpfe ich, Batman. Aber keinen Moment mehr. Okay. Wir können dich auch einfach hier lassen, Eddie. Los, Batman. Die Mieze will etwas Spaß. Perfekt. Auch das haben wir jetzt. So. Und nach draußen mit uns. Perfekter Mondo. So, damit haben wir jetzt Kitwum befreit. Gott sei Dank. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Das stimmt. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Nein. Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schaue mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große, böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Ja. Ah. Dann bis später. Ciao. Gut. Das haben wir jetzt kurz noch geschafft. So ist er schon. Ich muss alle Riddler-Trophäen finden, um ihn hervorzulocken. Hä? Das ist das Problem. Jetzt steht er dran. Riddler-Trophäen finden. Hä? Was ist mit meinem Leben denn los? Wieso fühlt sich das nicht auf? Hallo? Na gut, wie viel haben wir jetzt insgesamt zusammen mit dem Wohen Dingern? Denk doch, ob ich's. Oh, 16 Stück, jetzt cool. Mh. So, dann nochmal her. Das. Und dann mal sagt das hier mit voll. So, jetzt haben wir jetzt den misst ihr komplett noch mit voll. So. Die restlichen nehm ich mir jetzt auf. Gut, dann wollen wir jetzt die ganzen Riddler-Trophäen sammeln gehen. So. Mh, warte mal. Das ist ne gute Frage, wie ich denn jetzt da kriege, wie ich die Trophäe hier kriegen soll. Das ist die Frage. Äh, warte mal. Ich muss da, glaube ich, die... Erstmal kurz... Naja, ich muss da erstmal kurz aufsteigen. Ich brauch da erstmal meinen Batman ganz normal, meinen Batman dafür. Okay. Dann stecke ich hier schon. mal aus oder ich gucke dann erstmal ob ich mir das dann vielleicht später anhole so dann bin ich jetzt hier den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder euer Naruto 0268 fangen wir hier weiter wieder einschränkt also bis gleich so